Ja, grüß euch. Ich möchte nur kurz eine Sache ankündigen. Wir haben es ein bisschen größer geplant, aber es ist relativ kalt. Wir sind letzte Woche zusammengesessen und haben uns gedacht, wir werden uns die österreichische Verfassung vornehmen. Weil der Artikel 1 sagt schon, Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volk aus. Das Volk sind wir, also sollten wir sie kennen. Wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe aufgemacht, die heißt Verfassungskonvent Österreich. Und dort werden wir uns einen Artikel nach dem anderen vornehmen und verbessern. Ich habe zum Beispiel einen Verbesserungsvorschlag für den Artikel 1. Alles Recht geht von den Völkern aus. Mut zum Plural. Nachdem jedes Volk auch noch aus Geschlechtern besteht, könnte man in weiterer Folge sagen, alles Recht geht von den Geschlechtern aus. Oder alles Recht geht von den Völkern und ihren Geschlechtern aus. Ist eine Einladung. Wir haben vor, uns einen Artikel nach dem anderen herauszugreifen, zu verbessern und dann der Regierung Vorschläge zu machen. Also alle herzlich eingeladen. Verfassungskonvent Österreich heißt mit, die Facebook-Gruppe. Das war's. Danke. Vielen Dank.